Moje leiv alle Goethe, mein num as Jérôme Luling, anne Loh lehre ma a besse Letzebäuerch. An meiner klänge Sendung Letzebäuerch lehre schwarze ma haut über mein Videospiel Scheiß ob de Fehler, Level 9 bis 10, also de Schluss vom Spiel. Na guck ma es da dun. Ola, hai ha es, äh, d's Spiel. Du passt zu mir raus. Und hai muss ich lo, sind ich na am Level 8. Das scheiß nicht lo, ob de lechte Fehler zu viel Probleme an, da sind ich am Level 9. Ah, dat doe es richtig, so. Super, alles richtig. Mein Lieblingslied, dat kred lo ne mi en i, dat doe es also falsch. So. Uuh, professionell, ganz schwer. Ich weise doch nie. Ah, naja, wenn es, es ist geränt. Du könnt da drauf scheißen, es tut geränt. So. Ah, naja, links kann den Bom, ob die könnt ihr auch scheißen. So. Ah, naja. Professionell, ich mein kred just 1N. So. Aggressiv. Ah, naja. Ich mein nicht kred lo 2G. Das tut es falsch. Hier steht an den Eck oder hier steht am Eck. Das ist eine Position. Das heißt, hier steht am Eck als richtig. Hier steht an den Eck als falsch. An enger naja box, an enger naibox, an enger naibox, das ist falsch. Und das ist richtig falsch. Oh, fraische, fraische, fraische. Ah, fraische, 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 fraische. Un grenouille-mechan, fraische. Fraische, fraische. Um, da toi aus falsch. Engdickdecken, das geht mit Akzent Aigu geschrieben, das ist Engdickdecken, das ist Falsch. Und da sind ich beim letzten Beispiel, eine schöne Art von Ihnen, das ist Brüsselo, das ist nach dem Du, Engkalbex, Engkalbex, das geht auch mit Akzent Aigu geschrieben, und da sind ich am Level 10 von 10 am letzten Level. Fantastisch, alles richtig! Um 8 ist den Ob, das ist Falsch. Es muss gehen, das ist Falsch. Ziemlich, das kriegt nur 2 M, Falsch. Parallel, das kriegt nur 1 L, ein Schuh gelauf, das ist Falsch, das ist Sie gelauf. 2 Fragen, 2 Fragen, Falsch. Sie geht an der Stuf, sie geht an, das ist Falsch. Ein Schuh fährt, das ist Falsch. Mit enger Ball, und mit eng neuer Vorsorg, Falsch. Félicitationen! Du hättest gepackt! Der Jérôme Luling, Autor vom Grammaarshooter Scheiß ob der Fehler, sehr dir Merci, dass du die 10 Leveln durchgespielt hast. Mehr Informationen über Scheiß ob der Fehler, findest du auf www.bonjour.lu. Au revoir! Da gehen ich auch nicht an mein Hauptmenü. Also, wir haben hier die 10 Leveln durchgespielt, von 1 bis 5 an, für 6 bis 10. Denn 10 ist natürlich ganz schwer, weil du musst da erst tommeln. Der 10, ich fuh faire Tension, au temps, you have to hurry up. Und ihr fandet spiel auf www.bonjour.lu. Und ihr fandet spiel auf der Website, und ihr fandet spiel auf www.bonjour.lu. Und ihr findet ihr Spiel. Und also, in der Beschreibung der Video. Und in der Beschreibung, der Video auch unter der Video, Es gibt einen Link, um zu spielen zu spielen. Und dann haben wir hier auf youtube.com oder luxtico die Lesungen. Hier gibt es die Videos mit den Lösungen. So hier findest du die Videos mit den Lösungen. Und das war mein Spiel Schuss auf die Fehler. Wenn ihr irgendwelche Kritiken habt, positiv, negativ, schreibt es in die Kommentare. Was ist flott? Was ist nicht flott? Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht gut? Feedback ist immer wichtig. Ich hoffe, dass ihr ein Kommentar über das Spiel schreibt. Das ist mein Grammeer-Shooter. Ich denke, das ist der erste Grammeer-Shooter für die Letze. Ich finde es noch nicht gesehen für einen Anerspruch. Also ein bisschen etwas Neues. Und ja, das war Schuss auf die Fehler. Ich so nicht vielmals Merci, dass der so lange nur geläustert hat. Und ich hoffe, dass der ein bisschen freut mit meinem Grammeer-Shooter hat. Schuss auf die Fehler. Merci. Merci für eure Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwün. Au revoir.